Die Kamera läuft. Also, dann zeig einmal langsam, wie du die Karton faltest. Seitenlaschen nach innen klappen, vorne die zwei, nach innen. Und dann machst du den Bauch nicht gestützt, innen rein. Und die müssen vorne eingeklebt werden, weil sonst geht der Karton immer auf. Dann die Seiten, wieder die vordere Laschen zu, Deckel drauf. Und während dem Deckel nach oben keben, versucht man die Seitenlaschen auch direkt schon einklappen. Und das Wichtigste ist die vordere. Lässt der Karton auch richtig zu. Und die Kanten, die stehen jetzt zu stark nach außen, wenn man die vordere Laschen richtig zumacht. Und jetzt einmal auf Geschwindigkeit. Schau auf, schau auf, schau auf. Schau auf. Schau auf.